das macht es es bringt ja so komisch es kann noch ein paar stunden dauern an takke ich glaube wir spielen jetzt zweit gegen lukas kann ich sagen nein jeder hat einen anderen den er abschießen soll wem hast du als gegner den der so dumm war das finde ich nicht so eigentlich müssen wir alle zu treffen soll ich das wissen nein 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 gut ich muss leider den Erdbeeren das war ein schöner Schuss das war ein sehr sehr schöner Schuss das war auch ein schöner Schuss selber gar nicht mal so schlecht du hast meine Rüstung zerstört du Arschlo ich hatte jetzt schon vier Rüstung vier ganze der hat mich gerade übrigens beleidigt der Strafter der ist ja auch nicht schön das ist doch scheiße ja gut die gefällt mir weil ich nicht aufm Format hochkomme zip 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 immer zip bei Kontrolle was hört das die ganze Zeit ich sag die ganze Zeit dass es nicht nett ist oder zum schieß den Geh ich kenne was denen den Geh ich höre dann wasodern ja Bye Aua taxi Sau, au, 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 au. Finde ich gut. Kommt dort die Tomate, der verliert als Erstes und dann ist noch eine Hache. Ja, ja. Wenn er abgeschossen hat, würde sich das Ziel ändern. Herr verliert als Erstes, Ulke. Du, du bist du so schön. Kann das sein, dass ich jetzt echt dein Ziel bin per Tropat? Naja, das schaffst du nicht. Naja, das ähnliche Leben ist ja jetzt nicht wie eine Hörte, aber irgendwann habe ich schon gestern noch eliminiert. Vorhin war das unfair. Aber wir hatten lange keine Musik mehr. Aber der Modus fetzt irgendwie, finde ich. Naja, das ganze. Ja, das ist doch schon besser. Das, das, den will ich aber nicht als Ziel. Erzählst du einfach trotzdem auf den Promator. Eintracht. Eintracht. Schießt da hinten auf den Kuhn. Die sind vier ganzen Rüstungen weg. Der Kind sei in Deckung. Guck. Guck. Der schießt. Der schießt. Das finde ich wiederum korrekt. Lebe deinen Traum. Das fand ich mir nett. Das war irgendwo ein Fallschruck. Naja. Gut. Einmal hin und einmal her. Und darum, das ist nicht schwer. Genau. Ach. Sehr gut. Auch immer. Nicht gut. Ich schwäch den schon mal dafür ab, dass du den da nur... schießt. Ich hab's daneben geschossen. Das wollte ich eigentlich gerade mit einem anderen Kollegen machen. Nicht so gut. Das ist nicht nett. Er hat noch acht ganz Leben. Der andere Kinder. Ah, ich schiepfe wieder da. Er schießt. Aber immerhin bin ich nicht letzter. Das ist ganz gut. Schön, nett. Ist nicht der Letzte. Ist das Letzte. Ich finde es ganz gut. so macht man das. Ich hab gewonnen. Als letztlich. Genau. Ja. Ja.